...eine Autobahnbrücke. So. Und, äh, gehabt euch den Wohl, denn bedenkt, so viele Kommentare kommen eh nicht immer unter die Cities-Videos. Deshalb könnt ihr euch sowieso sicher sein, dass ich wahrscheinlich sowieso euren Namen nehmen werde, den ihr da hinschreibt. Deshalb überlegt euch einen schönen Namen, den ich da nehmen soll für eure Brücke dann. Ne? Genau. Brücke Nummer 4. Jetzt ist das hier schon wieder so. Ich bin nicht auf den Zeiger. Ja, mach ich das halt was breiter. Bitte mir nicht mehr auf den Zeiger gehst hier mit der Scheiße. Ja, so. Park, Park. Ah, ja. Okay. Brücke Nummer 4. Nummer 5. Ja. Nummer 5. Und Brücke Nummer 6. Und Nummer 7. Ich hab doch noch in Brücken gezählt. Ich hab' mir vergessen. Die haben ja immer noch 1, 2, 3. Ach ja, stimmt. 3, 4. Ja, 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 genau. Ist ja nur eine Brücke. 5. So. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Brücke. So, Moment. Wir müssen das hier noch. Nicht das wenigstens so ein bisschen, dass wir das hier wenigstens, also haben. Brücke Nummer 6. Brücke Nummer 6. Brücke Nummer 6. Brücke... Wieso ist der... Wieso ist der Brückennamen da links gestellt? Ist doch manchmal... Ja, danke. Das kleine Stück hat's jetzt ausgemacht, oder was? So. Und die letzte Brücke ist die hier. Wie ich finde, die schönste Brücke von allen ist. Da ist nämlich die einzige, die so aussieht. Ähm... So. Moment. Moment, Moment, Moment. Genau, so. Dann ist nämlich das hier noch vom Hudson River alles. Genau. Perfekt. Das kann man noch weg tun. Das ist nicht mehr dazu geeignet. Ich glaube hier, können wir das eigentlich noch ein Stück so weit machen, ne? Genau. So. Also. Da haben wir hier die ganzen Brücken... Ach so, Moment. Entschuldigung, wir noch. Das ist ja Brücke Nummer 7 dann. Brücke Nummer 7. So. Und, ähm... Irgendwenn, wenn ihr mir mehrere Kommentare lasst, für, sag ich mal, ich möchte eine Brücke 1 so, Brücke 2 nennt es so, Brücke 4 nennt es so. Nötig Läppsch. Schreibt bitte, wenn es geht, erst mal vor einen. Und wenn ihr merkt, äh, dass die anderen Brücken mit der Zeit nicht belegt sind, ich werde das dann in den aufkommenden Folgen hoffentlich dann nochmal sagen, wenn ich dann die Aufnahmesession beende, ähm, werde ich dann gucken, dass ich vielleicht noch andere Namen nehme. Die meinten, von zur Not nehme ich irgendwann selber einen eigenen Namen. Also. Gehen wir mal auf die Eigenarten der Brücken ein. Brücke Nummer 1 ist eine Zugbrücke. Ihr könnt euch einen, äh, schönen Namen ausdenken für eine Zugbrücke. Weil eigentlich, im Endeffekt spielt es eh keine Rolle, ob es eine Zugbrücke ist oder eine Autobahnbrücke. Es ist eh eigentlich egal. Also, der ist auf jeden Fall eine Zugbrücke. Die zweite ist diese Doppelbrücke. Ähm, da könnt ihr euch vielleicht irgendeinen Doppelnamen überlegen, vielleicht. Äh, ich werde euch da keine Tipps geben, sonst werdet ihr das dann nachher noch nehmen oder so. Brücke Nummer 3 ist so eine, ja, so eine sechsspurige, breite Brücke, wie man sieht. So eine, so eine, so ähnlich wie die Golden Gate, so ein bisschen. Der hat ja auch zwei riesige Pfeiler in der Mitte und hat dann halt die Kabel in der Mitte gespannt. Am Anfang und am Ende also ein bisschen so ähnlich wie die Golden Gate, ne, aber halt. Dann haben wir hier noch eine kleine Brücke, eine zweispurige Brücke, die aber von, ja genau, rechts an links geht. Also, eine Brücke halt von rechts an links geht. Brücke Nummer 4 ist dann halt so eine Brücke, so eine kleine halt, ne. Brücke 5 ist die größte, die wir haben. Das ist die Autobahnbrücke, die Doppelbrücke, ne, die sieht noch eher aus wie die Golden Gate, nur halt doppelt, nebeneinander. Ähm, eine meiner persönlichen Lieblingsbrücken in der Stadt, weil es wirklich die breiteste und größte ist. Sieht wirklich cool aus. So muss eine Autobahnbrücke auch aussehen, ne, wirklich die Pfeiler auch exakt nebeneinander gesetzt. Sieht super geil aus. Dann haben wir Brücke Nummer 6, das ist nochmal so eine wie eben, nicht die, wie Brücke Nummer 3. Ist exakt dasselbe Modell, ne, überlegt euch da was? Vielleicht können wir auch den, das Aussehen der Brücke noch verändern. Wenn ihr da einen schönen Namen für mich habt, vielleicht können wir auch nochmal gucken, das war, doch nochmal, sollen wir mal so eine vielleicht draus machen. Ach, dann verschwindet die. Wie, wir können die auch so lassen eigentlich, ne? Dann haben wir ein bisschen Variationen drinne. Genau, wir machen einfach aus der hier, ja, oder so, aus der, dasselbe. Aus der wird das, na, ist doof. Das wird da raus, da wird wieder das draus. Da wird wieder das draus. Ja, sonst haben wir nicht viel Auswahl. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen einfach ne Dingensbrücke draus. Ähm, ne, ne, ähm, ja, oder so eine. Die Brücke haben wir noch gar nicht in der Stadt. Können wir auch machen. Genau, wir machen die Brücke so, ne? Wir ändern die jetzt ein bisschen. Wir machen die jetzt so, genau. Ähm, das ist halt jetzt so eine kleine Brücke geworden, ne? So eine, äh, vielspurige insgesamt. Ähm, ja, Brücke Nummer 6. Und die letzte Brücke mit einer der schönsten, die ich finde, ist halt diese Brücke mit den Bögen drauf. Ne? Also ist auch recht einzigartig bei uns in der Stadt. Gibt's nur einmal, ne? Weil hier oben, das sind ja so Talbrücken. Weil die könnte man eigentlich auch noch benennen, aber die sind zu groß. Da wollen wir die benennen. Wollen wir? Hm, wenn ihr einen Namen für die Talbrücken habt, schreibt's mal nehmt auch noch rein. Dann ist das jetzt, dann sind das jetzt die Talbrücken. Schreibt mir einen Namen für die Talbrücken mal rein. Wenn die, wenn die gut sind, dann nehm ich die. Ansonsten lassen wir die Brückenbrücken einfach so, wie sie sind. Ne? Genau. Also das sind die Namen, äh, das sind die einzelnen Brücken. Schreibt mir ein paar Kommentare rein. Es sind sieben insgesamt. Mit halt dieser, ähm, mit den Talbrücken. Weil ich denke mal, wenn ihr einen Namen für eine Talbrücke nennt, werde ich einfach, ähm, dann nehmen wir einfach, äh, äh, wo ist denn Nordmus Süden? Keine Ahnung, das ist halt die Südbrücke und das ist die Nordbrücke davon. Weil das ist halt im Endeffekt eh eine, eine Brücke, fand's fast schon so. Ja. Naja. Wie ihr wollt. Gut. Also, schreibt kräftig in die Kommentare. So. Muss ich mal gerade eben einen Schluck trinken. Ich sollte das nicht mal sagen, einfach tun. Um uns zu tun, als wenn ich gar nichts tue. So. Sieht ganz gut aus hier. Hat sich ganz gut, ähm, weißt du hier, wir müssen mal wirklich ein bisschen was mit Freizeit bauen in der Stadt, ne? Wir haben noch so gut wie keine Gebäude gebaut. Wir haben ein, zwei Mal gebaut, aber wir haben ja so viel mittlerweile frei. Und ich hab das noch gar nicht alles reingebaut in die Stadt. Müssen wir mal machen, Leute. Machen wir jetzt mal so ein paar Sachen hier rein in die Stadt. Zum Beispiel bauen wir mal. Was bauen wir denn mal in die Stadt rein? Ein Forschungszentrum können wir mal reinbauen. Wo bauen wir das denn hin? Ein Forschungszentrum? Puh. Das, das können, das können wir hinten hinbauen, oder? Weißt du was? Wir bauen das hier hinten hin. Oder hier? Geht das hier? Hm, das geht auch hier. Jetzt bin ich ja gewillt, das hier hinzubauen, ne? Das hier geht. Das ist direkt am Wasser. Das ist geil. Das lass ich so. RDC. Research. Deployment. Hier, oder? Development. Entschuldigung. Nicht Deployment, Development. Entschuldigung. Jetzt werde ich zugeben. Ich hab keine Ahnung, wofür Development steht. Egal. So. Das haben wir mal gebaut. Was haben wir noch? Nationaltechnologiezentrum. Oh, 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 oh. Wollen wir das hier hinbauen? Das passt hier nicht rein, ne? Hier wird's reinpassen. Was haben wir denn hier? Was sind das? Das sind Einkaufsgeb... Das sind Gewerbegebiete, ne? Ach nee, das sind... Ah! Das sind, ähm... Wie weiß ich, wie das A grad klemmen? Ah! Ähm, das sind Bürogebäude. Ist ja egal. Können wir trotzdem da hinsetzen, oder? Und was wird's denn hier hin? Der Ding. Finde ich geil aus. Auf jeden Fall. Wieso sind hier so Dinger oben drauf? Das Gebäude ist doch arschklein. What the fuck, ey? Was ist eigentlich denn nochmal? Ach, ja, das Straßenbahndepot. Stimmt. Ist ja auch hier. So... Nächstes Gebäude. Was haben wir denn noch so? E-Auto-Fabrik. Was ist denn die? Och, die ist aber klein. Das ist immer ein kleines Ding. Ne, die bauen wir... Die bauen wir ins Industriegebiet, oder? Soll ich die hinten setzen? E-Auto-Fabrik. Ja, bauen wir das hier hin. Das sind auch alles... Im Übrigen, die Gebäude, die ich hier gerade so gebaut habe, das sind alles diese... diese... Hightech-Dinger sind das. Oder? Modder-Packet... Ne, das sind doch die... Das sind doch die Hightech-Gebäude, die ich hier alle habe. Genau, Space Shuttle. Das... Das Space Shuttle, Junge. Boah, das können wir hier oben noch hinbauen. Alter, das können wir noch hier hinbauen, hier hinten. Das können wir noch hinsetzen. Wo war das? Wollen wir das hier hinsetzen? Oder hier? Besser hier, oder? Dann ist es ein bisschen näher an der Autobahn dran. Hier, die Ecke ist geil. Space Shuttle. Ey, wenn das auch noch starten würde, ne? Ey, das wäre verdammt awesome. Ohne Scheiß. Ja, eure Probleme. Wasser, Strom. Besucher letzte Woche. Space Shuttle Startgelände. Ja, das Space Shuttle Startgelände kann ich doch nicht mitten in die Dingens bauen. Ich kann es doch nicht mitten in die Stadt bauen. So, jetzt muss da alles da sein. Das sieht auch fast aus, als wenn das Ding starten würde. Mit einem perfekten, mit einer perfekten Aussicht. Guck mal. Kannst von hier hinten, wenn du hier stehst. Alter, guck mal. Wenn du hier wohnst, ne? Ist doch ideal. Guck mal. Kannst du oben aufs Space Shuttle gucken, wenn du dich oben aufs Dach stellst? Kannst du hinten sehen, wie das Space Shuttle da startet? Ja, baaah. Mein Junge, steckst oben in die Luft. Wird doch cool. Oder? Find ich geil. Lass dich da stehen, auf jeden Fall. Egal, ob wir Besucher hinkommen oder nicht. Püff. Die Wurst. Gut. Ah, weiter hier. Was haben wir noch? So, bauen wir mal auf der anderen Sektion mal so ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Modern Art Museum. Meer und Wolkenkratzer. Theater der Wunder. Das baue ich ja immer so gerne irgendwie auch ans Wasser ran, ne? Das erinnert mich immer so ein bisschen auch an das Opernhaus in Sydney. Ich würde sagen, wir bauen das. Hier passt es nicht hin. Wir könnten es hier hin bauen, aber das ist das Kramatom direkt daneben. Das ist ein bisschen scheiße. Hier passt es nicht hin. Hier haben wir quasi das schon. Dann ist es du, wenn ich das hier hin stelle, wenn du mich fragst. Das ist das Brandenburger Tor. Da ist das Technologie-Dingen. Wo haben wir denn was? Ich würde das immer in der Nähe von Gewerbegebieten gerne bauen. Ja, hier haben wir schon das Stadion, ne? Ich würde eigentlich immer ganz gerne in der Nähe von Gewerbegebieten bauen. Ey, jetzt ist es nun mal nur vereinzelt irgendwo drin, ne? Ich baue das hier hin. Ich baue das da hin. Das Open House. Wir haben auch direkt ne S-Bahn-Anbindung. Das heißt, wir können die Aussteigungen direkt hier rüber laufen. Passt. Der Reichstag. Können wir auch bauen. Meer- und Wolkenkratzer. Der ist aber klein. Der ist aber echt klein. Den können wir einfach mal so irgendwo hinsetzen. Der ist ja winzig. Hier zum Beispiel. Hauen wir den mal da hin. Der fällt nicht in der Stadt auf, glaub es mir. Guck mal, der fällt ja gar nicht auf. Tut mir leid. Also, da sind andere Gebäude ja größer. So. Was haben wir denn hier noch? Aquarium. Ein Aquarium. Aquarium können wir eigentlich hier hinten reinsetzen. Hier haben wir nämlich noch gar nichts. Was haltet ihr da davon? Passt das hier rein? Schade, hier passt es nicht rein. Ich habe sehr eng gebaut hier alles. Engel ist zwar eigentlich immer ganz gut, aber... Ihr alle wisst, Engel ist auch ein Dehnbarer-Begriff. Hm. Ist nicht hinsetzen. Hier würde ich es hinsetzen. Aber bauen wir es da hin. In Aquarium. So. Was haben wir denn noch? So, was können wir denn noch bauen? Deutsche Bank. Deutsche Bank. Irgendwas. Die Twin Towers könnten wir abbauen. Die es ja in Wirklichkeit nicht mehr gibt. Nee, passt nicht rein. Was ist hier? Was ist denn? Wissenschaftszentrum. Ah. Das ist doch was. Guck mal, hier ist direkt direkt neben Gewerbegebieten gebaut. Ist also gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn noch so? Turm der Hohen Zinsen. Es ist jetzt nicht sehr hoch. Viele Firmen mieten dort gerne wegen der Schirmaussicht. Und fordern für den Bauern des medizinischen Zentrums. Boah, ist das groß. Alter Schmiede, ist das groß. Holy Moly, ey. Ist das groß, das Ding. Was haben wir denn hier sitzen? Hier sind Bürogebäude. Dann bauen wir das nämlich auch hier hin. Und, zack. Klar, du sch... Turm der Hohen Zinsen. Was ein Megafiech, ey. Leck, komio. Boah, 20 FPS, ey. Leck mich am Arsch. Das ist echt schlimm. Hier, diesen Bogen können wir auch immer irgendwo hinbauen. Da hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Staffel einen recht schönen Punkt dafür. Wenn ich mich nicht irre, habe ich, glaube ich, so eine Halbrunde gebaut. Da war das im Singleplayer? Weiß ich schon gar nicht mehr so aufs Green. Weiß ich gar nicht. Ja, komm. Bauen wir das hier hin, oder? Dann haben die hier hinten auch was. Klatsch. Dreck in die Medi. Direkt in die Medi. Komm, ey. Direkt mal neben den Geschäftsdingern hier haben wir direkt so ein... Daher stehen das doch ganz geil, oder? Finde ich cool. Sieht gut aus. Pass aus dem auch genau hier rein. Sehr gut. Was haben wir denn noch so? The White House. Die, 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 die... Nee, falls auch, brauchen wir nicht rein. Wir sind Deutschland. Die Stadt soll auch deutsch sein, auch wenn es, auch wenn es Suburbia ist. Ist scheißegal. Internationales Büro. Wollen wir denn Bürogebäude noch in der Stadt stehen, dann bauen wir das nämlich dahin. Nämlich hier. Dann bauen wir das auch hier hin. Mensch. Hier geht's. Bam. Fett. Ist doch hier das CO-Gebäude, wollte ich da gerade sagen, von dem Publisher von dem Spiel, auch von dem Entwickler von dem Spiel. Cosmol Order. Sehr gut. Das haben wir noch. Steuerbehörde können wir auch mal setzen. Die können wir hier unten reinhauen, wenn du mich fragst. Können wir hier irgendwo hinhauen. Das ist ja so, wie er ländlich, würde ich sagen. Weil das sieht auch so leicht und klein aus. Ich würde sagen, das ist hier ganz gut aufgehoben. Nur müssen wir das vielleicht noch mal ein bisschen verschieben hier, weil das hier so ein bisschen... Weil ich müsste einfach mal hier so ein bisschen das Gelände nur anheben. Dann würde sich der Parkplatz da schon von selber begradigen. Wir nehmen mal gerade hier so ein bisschen hoch. Nein, ich würde den Parkplatz da noch gerade haben. Ein bisschen. Schon besser. Weil es nicht so unlogisch aussieht, wenn wir da auch Autos parken. Jetzt haben wir leider das Problem. Müssen wir das auch hier auch erhöhen. Sieht das nämlich nämlich aus. Das ist ja nicht schlimm. Kein Problem. Kriegen wir hin.